Hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Immer noch in der Staffel 3. Warum immer noch, Herr Fleischhammer? Heute ist Freitag, morgen ist Samstag und es ist schon spät. Richtig, es ist wie immer spät, denn wir kommen nur noch spät zum Aufnehmen. Heute Samstag für euch, Freitag für uns, ein Tag vorher. Wir haben lange nicht mehr aufgenommen. Und dieses Wochenende könnte, aber es sieht nicht so gut aus, könnte eventuell die 4.0 schon rauskommen. Ich habe gerade nochmal mit dem, vermute es der Luke, also mit dem Twitter-Account von Imperium Galactic Survival diskutiert. Und eigentlich wollte er uns einen Zugang, ich gucke mal auf mein Handy, immer noch nicht, einen Zugang zu dem Testbrown schicken, dass wir uns die 4.0 schon mal zeigen können, die dann auch mit Surfer kompatibel ist. Aber er war sich nicht sicher, ob das schon Sinn macht. Also deswegen nehmen wir jetzt erst nochmal auf. Es kam zwischenzeitlich ja ein Patch, und zwar die 3.6. Oben links, da sieht man 3.6. Da hat sich was getan. Bisschen ja, also wenn wir jetzt mal rausgehen, hier, ich sehe es schon hier im Craft, da hier, im Constructor. Die Samen sehen jetzt anders aus. Vielleicht kannst du mal den Technikbaum zeigen. Also da sieht man schon... Ja, gute Idee, Technikbaum hier. Da sieht man, Jack with Lysa ist ja weiter weg. Wieso nein? Ich habe mich nur weggelegt. Ja, das ist gut. Okay, okay. Wieso nein? Man sieht halt, dass jetzt alles freigeschaltet ist, und wir sind selber beide schon Level 20. Das liegt aber daran, dass wir sonst hier nicht spielen könnten, weil normalerweise würde man durch abbauen und aufbauen würde man Level kriegen, und durch die Level könnte man das wiederum investieren hier in die einzelnen, ja, Bauteile. Jetzt ist es so, wir sind ja in einem alten Spielstand. Das heißt, das haben wir nicht. Ja, das ist quasi alles schon passiert. Ja, genau. Beim nächsten Mal müssen wir uns dann überlegen, womit fangen wir an und so was. Das ist echt, das ist cool. Genau. Wir müssen ein bisschen koordinierter spielen. Schwierig. Läuft ja bei uns sonst richtig gut. Es gibt andere Kraftstoffzellen, nämlich große Kraftstoffzellen, die jetzt richtig viel Scheiß brauchen, nämlich 30 Prometern-Pellets. Aber dafür bremst ich halt. Aber ich gucke 30 Stück, echt, ja. Sie brauchen 30, also sie brauchen ungefähr das Dreifache und dann gibt es noch diese Wasserstoff-Hydrogen-Kraftstoffzellen. Genau, es gibt noch die Kraftstoffzellen-Wasserstoff. Das können wir vielleicht mal machen in der Folge, weil ich kann mir so ein bisschen die Neuerungen zeigen von dem Patch. Wir werden in eine neue Staffel steigen. Was erzählt der Minjas? Das ist nicht ganz klar. Nicht gut. Nicht mehr als sonst. Wir werden in eine neue Staffel starten, und zwar die Staffel 4. Und deswegen machen wir jetzt ein bisschen Sachen, die vielleicht, ja, ein bisschen was zu zeigen, so, nicht ganz so sinnvoll. Ja, ich werde mal noch das Ding zu Ende bauen, also, das bin ich mir schon noch schuldig. Ich habe jetzt übrigens mal hier so ein H2O, H2O2-E-Rator gebaut, das wäre ja geil, wenn man den hin... Das wollte ich ja wissen, genau, das wollte ich jetzt eigentlich bauen, was du den denkst. So, witzig, hier, warte, hier. Legst du den mal hin, ablegen. Ne, was? Duco? Ne, wieso? Und wir haben die Tastaturbelegungen, nämlich F&T vertauscht. Kam auch in den Kommentaren als Tipp, ne? So Sachen so. Sehr gewöhnungsbedürftig. Ach, du hast dich jetzt angemacht, Kraftschutz sehr groß. Ich setze den mal, ich nehme den mal mit her, die großen habe ich angemacht. Ich sehe nichts, ich nehme den mal aus dem Gesicht. Muss der auch im Wasser stehen, ist die Frage, ne? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich stelle mir sicherheitsweise ins Wasser, ne? Nur mal, nur mal. Nur mal, nur mal. Bist du draußen? Ich bin draußen. Ich bin draußen, ich setze sie hin. Ins Wasser. Ins Wasser. So, habe ich gesetzt. Nee. Ging ja. Alter. Erzeugte Gegenstände, Kraftstoffe. Hm. Doch, jetzt an. Na gut, warten wir mal ab. A2O. KOPF. Ähm. Ja, wir machen jetzt Sachen, die vielleicht nicht ganz so spannend sind. Das wirst du jetzt noch nicht sagen. Ne, also was ganz guter Tipp war. Boah, das ruckelt. Das hatte ich schon im Livestream, ist mir das aufgefallen. Irgendwas haben die ja geändert. Das wollte ich auch noch mal fragen. Warum? Wenn du so seitwärts läufst, dann ist es doch etwas unruhig. Hm. Was ist? Unruhig. Ja, so finde ich es. Aber haben wir Base hier? Achso das nicht? Ja, vom seitwärts laufen? Nö, eigentlich. Guck mal, wenn du dich hinstellst, dann läuft es so Straven, weißt du? Links und rechts. Ich finde, das läuft total unruhig bei mir. Also bei mir schon. Hm. Man sieht das auch in der Aufnahme so ein bisschen. Das manchmal bei Sam Base. Aber ist auch schon spät, da ist eh alles ein bisschen unruhig. Ähm. Soll ich nochmal, haben wir noch genug Material, um das Raum für fertig zu bauen? Äh. Ihr könnt hier noch, ja. Ich denke schon. Ich werde es jetzt erstmal weg zusammenzimmern und dann, ne? Also. Ja, wie viel haben wir denn? Was haben wir denn hier? Kraftstofftank? Zwei, oder? Ne, das sind Sauerstofftanks. Wollen wir mal den Kraftstofftank? Hallo, Kraftstofftank? Der ist mittig. Da unten ein Treibstofftank. Ja, ja. Haben wir jetzt auf F gelegt. Steht doch da. F. Weil auf Z hat man so leicht seine Waffe weggeworfen. Und es hat schon jemand gesagt, irgendwie, äh, keine Ahnung. Shots trinken, wenn Minja seine Waffe wegwirft oder so. Wäre der schnell besoffen gewesen. Hm. Kann ich dir irgendwas helfen? Wenn du mir ein Steinchen gibst? Symmetrisch bauen mit N haben wir auch bis jetzt nie genutzt, ne? Ne, noch nie. Also ich hab's mal probiert. Hat irgendwie nicht funktioniert. Okay. Ähm. Soll ich nochmal Eisen besorgen oder haben wir noch? Äh, siehst du, du könntest hier diese Rumpfblöcke nochmal anwerfen. Äh, hier oben oder eher unten? Das ist mir eigentlich so gut wie... Bist du ja total Wumpe, ne? Latte. Okay, wie viel? 80. Mach mal einen Hunni. Hunni. Auf Kombi. Auf Kombi? Ich hab einen Hunni auf Kombi. Okay. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder so ein 80er Jahre Spruch, oder? Tja. Uh. Ne? Wenn ihr wisst, was gemeint ist, schreibt es in die Kommentare. Nein, schreibt es nicht in die Kommentare. Ist nicht gut. Äh, also doch. Der Jahre Drogensprüche hier von Minias. Ja, genau. In letzter Folge mich noch voll da waren hier und wieso halt. Ne, Moment, Moment. Das hab ich... Das färbt ja von dir ab. Bitte? Ein Hunni auf Kombi? Das ist ja von dir. Ach. Jetzt verleugnest du dich 80 Jahre Spruch. Lächerlich wieder redet. Da steht dein Name drauf. Auf den Patronen meinst du? Mhm. Shit, ich hab keine Munition mehr. Ich wollte dich jetzt respektvoll zeigen, aber naja. Ich mach mir auch mal schnell eine Strohflinde. Was machen wir denn jetzt? Du baust Sachen und ich kann nicht mitbauen, weil ich stehe nur blöd drum. Ja, ich kann dir das leider auch nicht sagen, was ich jetzt hier machen will, ne? Also... Mach mal Sachen, die gut sind. Soll ich mal unten noch ein paar Blöcke anwerfen, noch zusätzlich? Ja, das war ja das, was ich schon sagte, aber... Ja, ich hab hier oben noch welche angewerft. Ob du mir zuhörst und ob du mir mit der Hand an den Arsch fassen. Ich hab hier oben... Was denn? Deine Mutter. Waaah? Jaha. Auch ein 80er Jahre Spruch. Hä? Was mir aufgefallen, ich hab doch früher immer Space Pommes gebrutzelt, ne? Für uns. Ja. Kam als Frage, warum wir keine Space Pommes mehr haben. Das, äh... Ja, das... Weiß ich nicht. Ich hab mir da nicht Petitionen, irgendwie. Wo die Leute gesagt haben, ne. Es ist gut hier hinter Essen. Bumm ist frei. Dann machen wir mit, oder so. Ich mach uns noch mal ein paar Konserven, wa? Ich mein, die Ernte da unten müsste ja langsam mal fertig sein. Fleisch ist auch noch drin. Bin echt gespannt auf den Server, ne? Also, bin richtig heiß. Ich hätte euch gern schon was gezeigt. So. Genau, das wolltest du ja irgendwie... Wolltest du das noch... Alle den Wegler haben gesagt, du ja, Jack nein. Dann hab ich gesagt, ne. Nicht euer mein Buddy. Irgendwie war das vorhin noch anders, aber... Ist ja... Okay. Zählt ja auch viel, wenn der Tag lang ist, ne? Campman. Campman. Dann Block über den Herd geworfen. Das ist die Dunstabzugshaube. Wann hast du denn die gesetzt? Vorhin. Ach so. Ja. Ey, cool. Du findest das gar nicht so gut. Doch. Du bist ein guter Designer. Glaub ich. Warte mal. Ja, meinst du? Ja, du bist ein guter Designer. Das war das, was ich sagen sollte. Genau. Ja, genau. Euro. Euro Schmeuro. Euro Schmeuro? Mir kommst du mir grad ein bisschen unverschämt vor. Ich dir? Ja, natürlich. Hast du das Gefühl? Aber schon. Weißt du, was ist mir jetzt grad irgendwie komisch vor? Eins, zwei, drei, vier. Irgendwie. Da sind zwei. Da hat irgendjemand geschrieben, es bringt irgendwie kaum Waffen was. Nur... Ach Gott. Irgendwas, wo man weit schießen kann. Ich weiß schon wieder nicht. Wo ist denn die Shotgun Level 2? Sturmgewehr, Schrotfinder, Scharfschützengewehr. Sag mal, gab es nicht mal eine Schrotfinder Level 2? Die haben sie rausgenommen. Nee, die ist ja noch drin. Nee. Die wird versprochen. Ich hab ja eine in der Tasche. Ja, du hast ja noch eine in der Tasche. Doch, hier. Die haben sie nur noch falsch sortiert. Die? Okay. Die? Die? Klar. Die, die uns nicht in der neuen Version spielen lassen. Obwohl es versprochen. Nee, man hat Spaß gemacht. Genau. Die, die nicht antworten. Ja, ich schreibe hier. Ich guck grad auf meinen Twitter-Account. Immer noch nicht. Mann Jungs. So geht das nicht. Wollen wir uns schon fragen? Ist das jetzt irgendwie Schikane? Ja. Sollen wir aufhören damit? Zum Beispiel doch schlecht reden. Ja. Scheine Wege von gedroht. Das Ding ist gebannt. So war es. Ich zeige ihn mal. Ja. Ja. Magnisium Pulver. Weißt du was? Ich hol jetzt Magnisium Pulver. Nee, du sagst mir ernst, ob die... Du wolltest doch... Das ist in hier ein Loch. Äh, wo sind jetzt hier meine Rumpfblöcke? Meine versprochenen. Da brauchst du ja nicht nach. Ich hab ne Shotgun mit Zielfernrohr. Wieder F und T. Hallo Fleischhammer. Ach, hier sind 100 Stück. Danke nochmal Minis. Ist gut dich nicht. Ach, Alter. Geiles Teil, wa? Ich fühl irgendwie... Oh, leck. Es zieht am Rücken. Hallo Fleischhammer. Oh. Okay, ich dreh mich doch um. Hi. Na? Oh, okay. Oh. Ähm. Hm, ich hol einen neuen Block. Ja, echt. Du hast echt nur so Rücken grad im Kopf. Kann sein. Ja, ja, ich weiß. Also erstens ist es... Ist auch spät. Wie immer ist es spät. Ich hab dir schon mal gesagt. Das liegt nur am... Hat nichts müde oder doof zu tun? Also... Vielleicht so ein bisschen. Okay, aber ich muss mal hier noch was. Soll ich nochmal ein Magnisium Pulver holen? Für mehr Munition? Weil wir müssen ja hart bewaffnet sein, wenn wir hier aus dem Let's Play rausgehen. Aus der Staffel 3, oder? Ja. Vor allem würde ich gerne... Was hast du denn jetzt gemacht? Was denn? Mach mal hinten diese Auflage weg, oder? Nein, die ist ein bisschen schwer, aber das krieg ich hin. Was ist denn hier passiert? Hast du das da drangehängt? Dann ist die Scheiße umgekippt? Du hast ja nicht da drangehängt. Nein, hinten. Ich hab da hinten nur jetzt die Blöcke eingebaut. Und das ist alles. Ja, aber die Gebärde wir kriegen, ist die niemals geflogen. Na klar. Setz mal hier nochmal zwei Schubdüsen an. Zwei große. Ansetzen, okay. Hast du die Blöcke rausgenommen? Ich hab jetzt hier Blöcke rausgenommen, damit ich die anbauen kann. Richtig. Ansonsten... Achso, hier, die Blöcke hab ich. Ja, genau. Zwei große Schubdüsen für Gelb, ne? Ne, das ist Capital Grün. Grün, richtig. Äh... Gepanzert oder nicht gepanzert? Gepanzert... Äh... Beistück hab ich gepanzert gebaut. Ja, wäre mir auch quasi... Wäre das, was du jetzt antworten wolltest. Genau. Gepanzert, genau. Aber zwei? Wofür jetzt? Als Gegenteil oder wie, oder? Ja, aber ne ne. Zwei noch mal... ja, also vier eigentlich, na, na ja. Man muss doch die Zahl noch richtig 1981sspeaking machen, In einem stehe ich jetzt drin. Hier innen, ne? Ach, der ist von nach oben praktisch. Das ist, genau. Ach so. Wo ist denn hier ein Loch? Boah, schon wieder. F&T. Wo bist du? Wo sind die Loch? Ich bin rausgeflogen. Da sind Löcher im Boden. Ich sehe keine Löcher. Ja, am Ende ist... Hier. Ich stelle drin. Ach, da unten. Hier war zwei. Bist du da ganz nach unten durch? Sollst rausgucken oder ein bisschen hoch? Nee, nee, das soll hoch. Also das, das... Bündig. Ja, genau. Bündig nach unten, ne? Ja, perfekt. Ja, ja. Ich bin... Ich meine, ich bin dämlich, aber... Oder ich bin ein bisschen langsamer. Weißt du, ich meine, guck mal, du bist zehn Jahre jünger als ich, ja? Du musst ja auch... Zehn Jahre? Du weißt ja, dass es nicht besser wird, gell? Wenn wir in zehn Jahren hier auf... Ja, ja, ich weiß, ja, ja. YouTube Red oder so sitzen und... Red. ...unsere kostenpflichtige Inhalte produzieren. Da musst du auch ein bisschen Rücksicht auf mich haben, gell? Das ist so ein bisschen... Das ist so wie Altenhilfe. Ja, das stimmt. Das werde ich auch dann so verkaufen und dann nochmal extra Geld vom Staat verlangen. Ja, was machen wir nach hinten? Wie viel letzten Taggern? Sechs. Siehst du ja, nach hinten wäre jetzt, äh... Sechs Stück, sechs Stück. Na klar. Ja, natürlich. Bauer. Schön irgendwie... Weiß ich nicht. Ein Vieh, Alter. Wir brauchen Verteidigungsmaßnahmen noch. Was hast du? Du hast einen Gegenschub erst, wird lang. Ich hab einen Gegenschub, ja. Na ja. Und hinten machen wir sechs, dann machen wir auf jede Seite drei. Kannst du schon mal Löcher vorbereiten oder Positionen, dass ich auch... Ne, Löcher nicht. Äh, die setzt du ran und dann bauen wir drumherum. Äh, äh, äh... Also quasi, nochmal... Äh, äh, äh... Power. Wo geht denn das jetzt? Eine der geilsten Serien. Ich hab das letzte Mal wieder geguckt. Ja, ich hab's geliebt. Also, ich weiß nicht, die... Das ist so neben King of Queens eine der besten Serien gewesen, ne? Wo bist du hier? Wobei King of Queens ist auch sehr gut. Haben wir letztens King of Queens geguckt. Hab ich mir mal überschaut. Ja, liebe Zuschauer, hinter... Ja. Ja. Jetzt noch in den 3.6. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht schauen wir uns... Wir sehen uns Sonntag wieder, ne? Wir sehen uns Sonntag wieder, genau. Dann vermeintlich zur Imperiumaufnahme und oder Seven Days to Die. Und oder, ja. Wobei ich an Imperium glaube. Seven Days to Die glaube ich auch ehrlich... Also, so, ne? Aber... Ja, wie gesagt. Wir machen dann... Wir machen Sachen Sonntag. Also, wir werden jetzt hier für das Wochenende aufnehmen. Nicht, dass nämlich die 4.0 dann wirklich rauskommt. Oder wir... Bauen wir jetzt da die Dinger ein, hier. Setz die mal nach oben vorhin. Ja, aber wie an die Wand, wie gesagt, war. Ja, jetzt lass doch mal... Ne, lass doch ruhig eben frei oder so, ja. Ne, ich mach jetzt 3 neben die Tür so runter. Nicht eben noch freilassen? Ne, dann ist das... Du hast ja schon so eine schöne Kante gebaut. Dann kann man das nutzen. Na gut, dann mach das. So. Voll der Grill. Verzeihung mit vollstellt. Müssen wir hinten nur noch... Müssen wir hinten nur noch... Dings ran basteln. Guck mal hier. Guck mal. Jawohl. Äh... Nochmal... Einen Standfuß da hier. So ein Fahrwerk. Brauchst du zwei? Der knickt ja weg. Ist das nicht ein bisschen schwer, das Ding? Das ist schon überschwer. Ja, ja. Das ist schon... Okay, schauen wir mal. Lass zwei Standfüße. Kommt. Ähm... Alter Vater, leichte Überlast hat die Karre. Was ich schade finde und das würde ich mir echt wünschen, vielleicht kann man das ja jetzt mit der Server-Version machen. Screenshots automatisch anfertigen. Nein, das meine ich nicht. Aber doch, du meinst... Nein. Gut, Entschuldigung. Nein, was ich... Was ich sagen wollte war, ähm... Dass man die Zeit einstellen kann von dem Tag- und Nachtwechsel und so'n Kram. Das wäre echt total super. Luke, wenn ihr das seht. Ich bin dein Vater und ich sage... Ich weiß nicht, ob man das wirklich kann, weil... Die Planeten bewegen sich ja nach der Zeit und so, ne? So? Oder... Ja, man kann aber auch die Zeit... Tag-Nacht-Zyklus muss sich doch einstellen lassen. Ja, gut. Und du es sagst? Ich gehe nicht. Soll übrigens auch mit der F0 soll... Da können wir auch die Planeten verlassen, gell? Einer kann wegfliegen und der andere da bleiben und... Ach, das ist nicht so weit aushängt, oder? Willst du das echt so? Naja, als Eingang, so. Ich wollte... Kannst du das Ding mal schweben dann? Naja, gut. Ich kann es ja mal... Moment, 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 Moment. Du machst noch... Ne, ne, ne. Erstmal die seitlichen Düsen. Erstmal die seitlichen. Seitlichen Düsen, ja. Und oben. Oben haben wir auch noch nichts, oder? Gut, dann machen wir jetzt noch mal kleine Steuerdinge auf den Seiten oder... Wirklich nur einen? Ne. Ich würde sagen, zwei pro Seite. Und dann halt auch einen gewissen Abstand zueinander. Und oben auch zwei normaler, oder? Hier ein. Machen wir zwei. Machen wir sechs von den Steuerdüsen. Ja, machen wir genau. Das ist gut. Machen wir oben zwei, unten... Okay, machst du gerade Löcher da rein? Alles klar. Da hätte ich die gerne rein. Ich habe sogar noch einen in der Tasche. Können wir in dieser Folge noch Blum... 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 Was? Äh, hier ist... Komm, wann der aus? Der Sprit schon wieder alle, kann das sein? Kann das sein, das ist OT oder so? Ne. Ne, das ist F. Ne, hier läuft es noch. Ich gucke mal ganz kurz rein. Ne, die Hütte ist noch voll. Also Sprit hatte noch genügend. Das ist gut, dass wir die großen Energiezellen haben, gell? Bei dem Energiehunger, was das Ding hat, hier geht wieder kurz Licht aus an dem Planeten, wenn das Ding angeht, das Raumschiff. Ja, wahrscheinlich, ja. Da geht das Licht aus, auf den ganzen Planeten. So wie bei deinem neuen Rechner, gell? Da zieht ja auch viel. Du musst da nochmal reinhauen, ne? Du musst da reinhauen. Du hast schon. Ne, ne. Du hast dir doch eine Düse reingesetzt. Ist der doof? War doch hier mit Wasserkühlung und so, ne? Ne, du hast ja gesagt, das Geld ist mehr für Döner, für... So, hab ich. Ich sehe gerade einen fiesen Fehler. Asymmetrisch? Ganz leicht, ja. Egal, fliegt auch so. So, hab ich. Jetzt müssen wir back schon nach oben. Wir kommen mal hier nach oben, indem wir den Jetpack anmachen. So, und wohin? Hier vor das Cockpit, wa? Ach nee, ist das andere, das Ersatzcockpit. Ah, hier ist noch offen. Guck mal, was... Oh, ach du Scheiße. Ach, die Wumsi und Wumsi haben sie ausgetauscht. Sie sind ja andere, ja. Ja, die gibt's nicht. Schaut mal rin, Jungs. Wo sind sie denn? Wer ballert denn jetzt? Hier oben ist noch ein Loch im Cockpit. Soll ich das füllen mit den Gegendwaffern? Hier oben ist ein Loch im Cockpit. Na, hier, wo ich jetzt stehe. Ähm, nee, das muss ich noch zu machen. Ach, Mann, Alter. Machst du oben ein Loch rein in die Decke, oder ist das gar kein Würfel hier, was an der Decke sitzt? Nee, das ist gar kein Würfel. Das ist nur so eine Platte. Aber das... Aber trotzdem ransetzen, ja. Dann setz ich das hier rein, oder? Warte mal, guck mal, pass mal auf. Hier unten? Das ist eine gute Idee. Warte mal. Ja, ja, warte mal. Ich muss das Ding nochmal gedreht kriegen jetzt, oder? Das Geräusch ist schon wieder woanders hier. Guck's nicht gedreht. Ich bin gerade etwas orientierungslos, inwieweit ich das... Äh... Ist das... Das gibt's nicht. Jetzt weiß ich, warum. Ja, wieso kann ich das nicht drehen? Oberste Seite müsste eh nach hinten. Oh, ne. So dreh ich's im Kreis. So, jetzt. Die müssen ja nach oben, gell? Jetzt hab ich's. Hab ich? Ist drin. Okay. Gut, hast du hier noch so ein Abbauwerkzeug irgendwie am Start? Ja. Wir müssen hier oben die oberste Reihe nochmal eh mal wegnehmen, die halt zu viel gesetzt, beziehungsweise falsch. Geht das nicht auf, das ist alles... Aber auf der anderen Seite hab ich jetzt schon einen Tropfer rein. Das ist gut, ja. Das machen wir auch so. Was ist das so? Hier, lass mal. Ich mach das alleine. Schwib mal ruhig ein bisschen näher, mach mal ein bisschen später rein. Das war's, oder? Ich glaub, den noch mit hier. Guck mal. Mann, 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 Achim. Gibt ja auch so ein Tool, um symmetrisch zu bauen, hab ich gehört. Ja, gut. Ich werd immer mal gucken, dass ich das hin kriege. Alter, krass. Alter, was ein Gewitter, wenn die losgehen. Alter, guck mal wie, guck mal wie die aussehen. Jetzt lass die Leute doch mal rankommen, Mensch. Was hat der denn da? Alter. Aggressive Teile. Die auch weg? Na, nur den noch. Und dann... Okay. Ich glaub, wir machen den Probeflug in der nächsten Folge. Ja, mag sein. Mag sein, mag sein. Könnte sein. Wahrscheinlich geht's gar nicht an. Also, ihr werdet's erleben, die dicke Bär da. Klar, wir haben ja jetzt die großen... Ich hab jetzt die Triebwerke. Ja, dann wisst ihr, wohin damit. Ich muss nur grad abmessen. Das ist flacher. Die muss noch ne Reihe drauf. Hä? Wie flacher? Ja. Ja, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Bau doch erstmal die Seitentriebwerke ein. Hab ich doch schon längst. Achso, muss ich doch nicht. Was soll ich das wissen? Zwei auf der Seite, zwei da auf der anderen Seite. Ich zeig's auch mal an den Zuschauer. Ja, dann schrei mich doch nicht an. Du bist doch hier, der schreit. Unfassbar. Wie ich mich hier behandeln lassen muss. Bekrankt. Männerschlupfen. Männerschlupfen. Tödlich. Ja, ihr Lieben, ich würd' sagen, wir sind am Ende einer Folge. Leider haben wir's nicht geschafft in dieser Folge. Aber es ist zumindest Nacht geworden. Es ist auch wunderbar, so einen Probeflug in der Nacht zu machen. Beleid, meine Damen und Herren. Bumsi, bumsi ist nicht mehr da, gell? Jetzt weiß ich, was die Kommentare bedeuten hatten zu bedüngsten. Wir hatten zwar schon einen Livestream, wo das Kabel hängt an Fuß. Und ein Greenscreen weg. Kopfhörer auf was vom Kopf gezogen. Ach ja. So, demnächst eine Spende für neue Haare für Minias. Guckt euch das mal an. Wenn man das in der Kamera so sieht, ich mach das ein bisschen so. Oh Gott, nein, tu's nicht. Eingepflanzt, so einzeltupfen. Das find ich total schick, wenn die Leute sich dann Haare einpflanzen. Aber ist ein anderes Thema. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet morgen wieder ein. Morgen ist Sonntag und wir machen noch Sachen. Also wir werden einen Probeflug machen. Sicherheit. Und mal gucken. Freut euch drauf. Macht's gut, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.